Die zu veräußernde sanierte 4-1-Halb-Zimmer-Dachgeschosswohnung befindet sich in Ratingen. Die Immobilie wurde 1952 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Die Wohnung verfügt über einen Balkon, drei Schlafzimmer, zwei Badezimmer, eine Einbauküche, einen Keller und einen Außenparkplatz. Bei einer Wohnfläche von ca. 114 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Dachgeschosswohnung auf 199.000 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.